Hallo Caro, wie geht's dir heute? Hi, gut. Bist du mit der Bahn oder mit dem Auto zur Arbeit gefahren? Heute mit dem Auto. Offene Haare oder Zopf? Allgemein oder Moment? Allgemein. Meistens ein Dutt oder offen wenn ich. Du spielst ja auch Handball. Richtig. Auf welcher Position? Ich bin Torhüter. Schon mal verletzt? In welchem Zeitraum? Sehr sehr oft, ja. Was hattest du für Verletzungen? Kniescheibe ausgeschlagen, Meniskusrüst, Knorpelschaden, beide Ellenbogen kaputt, zwei OPs im Essen, Finger, Fuß. Du bist ja aber auch Jugendtrainerin. Bist du lieber Spielerin oder Trainerin? Spieler. Und das Lieblingsgefühl auf dem Spielfeld? Konter zu halten. Weinfest oder Fasching? Fasching. Definitiv. Weißwein oder Rosé? Rosé. TikTok oder Instagram? Kommt auch die Situation drauf an. Momentan mehr TikTok. Lieber zehn Kilometer Joggen oder zwei Stunden Krafttraining? Kommt drauf an, was man mit Krafttraining, was man macht. Momentan würde ich sagen eher Joggen. Man kennt dich ja auch aus unseren beliebten Workout-Videos. Vielleicht doch eine Karriere als Fitnessbloggerin. Vielleicht werde ich Influencer. Ich glaube es nicht. Oder lieber Jumping-Fitness-Trainerin? Jumping-Fitness. Team Bestellen oder Team Kochen? Tatsächlich Kochen. Hast du besondere Talente? Absolut nicht. Ich kann nicht mal pfeifen. Und wenn du dir eine Superkraft wünschen könntest, welche wäre das? Unsichtbar sein. Dankeschön. Danke auch.